Willkommen zu den Meldungen aus Archäologie und Geschichte bei den Kurzhistorien. In den letzten Tagen gab es wieder viele Neuigkeiten aus beiden Themengebieten. Heute reden wir über eine neue Theorie zum Bau der Pyramiden, das geheimnisvolle Volk der Pikener und die berühmte schreiende Mumie. Alle Quellenangaben finden sich wie immer in der Infobox. Meldung 1. Das Portal Archäologie News berichtet über den Einsatz eines hydraulischen Hebesystems für den Bau der Stufenpyramide. Sowohl in wissenschaftlichen als auch in populärwissenschaftlichen Kreisen wird seit einiger Zeit darüber spekuliert, wie denn die tonnenschweren Steinblöcke zum Bau der Pyramiden in Ägypten bewegt wurden. Bisher ging die Wissenschaft vom Einsatz von Rampen und Rollen zur Lösung des Problems aus. Eine neue, noch umstrittene Studie eines französischen Forschungsteams legt jetzt nahe, dass für den Bau der Stufenpyramide des Chosa ein Aufzug benutzt wurde. Das Aufzugssystem soll aus einem Damm, einer Wasseraufbereitungsanlage und einem hydraulischen Lastenaufzug bestanden haben. Das Wasser und der entsprechende Wasserdruck kam vom nahegelegenen Nil. Wenige hundert Meter von der Stufenpyramide entfernt befindet sich das Bauwerk Gisr-el-Mudir, das auch als die große Einfriedung oder die Residenz des Herrschers bekannt ist. Es ist das älteste aus behauenem Stein gemauerte Bauwerk in Ägypten. Die Funktion des Areals ist noch nicht geklärt. Im Rahmen der neuen Theorie wird vermutet, dass dieses Gebäude als Sediment- und Wasserauffangbecken gedient hat. Für die anderen großen Pyramiden gibt es bisher keine Hinweise, die auf ein ähnliches Vorgehen schließen lassen. Wie gesagt, ist die Studie noch nicht allgemein anerkannt. Zum Beispiel drängen Forscher der LMU in München noch auf weitere Untersuchungen. Die Watz vermeldet, dass ein prachtvolles Grab des geheimnisvollen Volkes der Pekener entdeckt wurde. Die Pekener lebten vor etwa 2700 Jahren, also in der frühen Eisenzeit, an der Adria-Küste der italienischen Halbinsel. Es ist nicht viel über das kriegerische Volk bekannt. So sollen sie zum Beispiel bereits im 7. Jahrhundert vor Christus mit Griechenland Handel getrieben haben. Im Jahr 295 vor Christus wurden sie vom Römischen Reich besiegt und nachher assimiliert. Zahlreiche pikenische Artefakte wurden leider bei der Bombardierung des Museums in Ancona im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Daher ist die Kultur bisher weithin unbekannt. Nun wurde bei Grabungen in der Nähe von Ancona das Grab eines Prinzen der Pekener aus dem 7. Jahrhundert vor Christus freigelegt. Dabei wurden über 150 Grabbeigaben gefunden, unter anderem ein Streitwagen. Dies schließt hoffentlich eine Forschungslücke, welche der Zweite Weltkrieg gerissen hat. Die Funde erhärten unter anderem die bisherige Vermutung, dass es zwischen den Pekenen und den Etruskern enge kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen gab. Meldung 3 Das Wissenschaftsportal Frontiers in Medicine vermeldet, dass es Neuigkeiten zur berühmten schreienden Mumie gibt. Vor 3500 Jahren starb eine etwa 48 Jahre alte Frau in Ägypten. Nach ihrem Tod wurde sie mumifiziert. Seit dem Fund der Mumie 1935 fasziniert diese Mumie die Wissenschaftler. Der offene Mund und der verzerrte Gesichtsausdruck legen einen qualvollen Tod nahe. Oder ist es nur eine Nebenwirkung einer misslungenen Mumifizierung? Jetzt hat eine neue Studie etwas Klarheit in die Umstände gebracht. Eine misslungene Mumifizierung konnte ausgeschlossen werden. Zwar war die Art der Mumifizierung ungewöhnlich, da die inneren Organe nicht entfernt worden waren, aber der Prozess war mit teuren Materialien und offenbar sorgfältig ausgeführt worden. Die wahrscheinliche Ursache ist jedoch bedrückend. Zitat Der schreiende Gesichtsausdruck der Mumie in dieser Studie könnte als Leichenkrampf interpretiert werden, was darauf hindeutet, dass die Frau schreiend vor Qualen oder Schmerzen starb. Zitat der Forscher Ende Ein Leichenkrampf ist eine seltene Form der Muskelversteifung. Typischerweise tritt sie im Zusammenhang mit einem gewaltsamen Tod auf. Die Bilder der Mumie mit dem qualvollen Blick gibt es in der Originalquelle, die in der Infobox verlinkt ist. Und zum Schluss noch ein paar aktuelle Kurzmeldungen über die Vergangenheit. Der Standard berichtet aus Australien. In Westaustralien liegt die Jukan-Schlucht. Sie gilt als eines der ältesten Siedlungsgebiete des Kontinents. Dort wurden in der Vergangenheit unzählige Funde aus der Vergangenheit gemacht. Nun hat ein Bergbauunternehmen das gesamte Areal gesprengt, um an reiche Eisenvorkommen zu gelangen. Die umstrittene Maßnahme hat sicherlich viele Artefakte unwiederbringlich zerstört. Die WAZ berichtet vom Fund eines bronzezeitlichen Waffenlagers in Nordböhmen. Es gibt drei Theorien, warum solch wertvolle Waffen vor dreieinhalb Jahrtausenden dort vergraben wurden. Erstens, Geschenke für die Götter. Zweitens, Versteck, um es vor überlegenden Feinden in Sicherheit zu bringen. Drittens, Vorratsgrube eines Handwerkers oder eines Händlers. Laut des Portals Greek Reporter wurden im Nordwesten Englands rote Ockerfragmente an einer 6500 Jahre alten zeremoniellen Stätte entdeckt. Dieser Fund unterstützt den Bericht eines antiken griechischen Entdeckers aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, der die Briten als das bemalte Volk bezeichnete. Auch Julius Caesar erwähnte diese Eigenheit in seinen Schriften. Servus, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020